Herzlich Willkommen zurück auf Fluss Metal World. Heute gibt es mal eine neue Reaction und ich habe nämlich gerade gesehen, Memorists haben vor 20 Minuten einen neuen Song rausgebracht. Und Memorists sind ja eine von meinen Lieblingsbands vom letzten Jahr her gesehen eigentlich. Seit die aktiv sind, haben die eigentlich nur spitzen Songs rausgebracht und ich hoffe mal, dass das jetzt nicht abflacht. Ich glaube aber, die schaffen es aber wirklich nicht, einen schlechten Song zu releasen. Wir schauen jetzt einfach mal rein in die neue Single, die eben vor kurzem, ganz, ganz kurz released worden ist. Kaju heißt die und ich bin, ja, ich bin schon sehr gespannt. Los geht's. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, um nichts Neues zu verpassen. Hier gibt es mehr als wirklich geile Metal-Videos und jetzt schauen wir hier mal rein. Ich würde mir ein bisschen mehr Screams eigentlich wünschen. Bei Loss, bei der ersten Single generell. Gab es ja am Schluss so eine kleine Frequenz, wo man Screams hören konnte. Ich bin gespannt. Es würde ihnen nicht schaden, ein bisschen wieder herzuzählen. Und ich glaube, jetzt bin ich gerade verwirrt. Aber ich glaube, bei irgendeinem Song ist ja generell eine ganze Strophe gescreamt. Oder bin ich jetzt hier gerade verwirrt und bei einer anderen Band. Weiß ich jetzt gerade nicht. Weiter geht's. Weiß ich jetzt. Das sind einfach die langgezogenen Wörter, die einfach bei jedem Song sind. Und genau deswegen prägt man sich den Song so gut ein. Haben die das Video schon ein paar Mal gedreht hier? Haben die das Video schon lebe? Also wie geil ist eigentlich der Strand? Oder ist es Wüste? Wüste wahrscheinlich. Das Video, das ist ein Perfekt zu sagen, mit der Einsamkeit, ja es ist richtig gelungen. Ohohohohoh. Yes, Hamas. Wahnsinn. Oh mein Gott, Alter. Huh, was für ein Song, was für ein Song, was für ein Ende. Wahnsinn. Okay, der Song läuft jetzt hundertprozentig die nächsten zwei Monate auf und ab. Jeden Tag, oh mein Gott, ist das, wow, das Ende jetzt. Oh, mit dem Gitarren im Hintergrund auch so. Und den langsamen Schlagzeug. Huh, was ist denn hier so die Resonanz? Schauen wir hier mal kurz rein. Was hier so erstmal ein Like natürlich. Amazing. Wahnsinn. Oh, so. Einfach nur, einfach, einfach nur geil. Ich bin, ja, ich bin schon wieder sprachlos vor dem musikalischen Event, dass die hier einfach so hinschmeißen. Nach der Rede zwei Monate ein neuer Song, der einfach übertrieben geil ist. Warum? Wie? Ja. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wie habt ihr den Song gefunden? Ich bin natürlich jetzt wieder mal gekommen aus dem Häuschen, so wie sich das gehört. Aber, wow. Na, das ist, das ist, das ist wirklich geiler, richtig fetter Metalcore. Ohne Breakdown sogar, ja. Göttlich. Ja. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Und stay heavy.